Diese Kreuze, rosa Kreuze, bedeuten, dass hier niemand mehr wohnt. Zerstörte Häuser, dunkle Straßen, Hilferufe. Dies alles ist nach mehreren schweren Erdbeben für die Menschen im Epizentrum in Petrinja seit einiger Zeit zur Gewohnheit geworden. Als am Donnerstagvormittag, den 7. Januar 2021, die ersten Meldungen eines weiteren schweren Nachbebens aus Kroatien durch die Nachrichtenticker liefen, gab es für den 38-jährigen Berufsfeuerwehrmann Phil Hörmann, ein ausgebildeter Oberbrandmeister und Rettungsassistent, kein Halten mehr. Er fuhr primär los, um Menschen zu retten. Nebenbei packte er seine Kamera ein, um einen eventuellen Einsatz dokumentieren zu können und startete die 400 Kilometer ins Epizentrum Petrinja. Unterwegs telefonierte er mit Behörden und Organisationen, um vor Ort einen Ansprechpartner zu haben. Und er war erfolgreich. Für eine richtige Rettungskraft stellt sich in bestimmten Situationen nicht die Frage, ob man gerade Lust und Zeit hat, ob das Wetter passt oder ob man gerade was Wichtigeres zu tun hat. Sondern dann wird einfach gehandelt. Und genauso war es bei mir, als ich die ersten Berichte gesehen habe. Mir war klar, ich muss meine Sachen packen und es geht los. Und ich habe schon viele Katastrophen gesehen, aber ein Erdbeben-Epizentrum kommt jetzt da als neues, einschneidendes Erfahrungserlebnis dazu. Und ich bin froh, dass ich losgefahren bin. Und ich bin auch froh, dass meine Kenntnisse über die Menschenrettung dann vor Ort gar nicht mehr notwendig waren. Und sich jetzt andere Fachleute um die Beseitigung der materiellen Schäden kümmern. Und es jetzt im aktuellen Fall des Nachbebens auch glimpflich für die Personen vor Ort ausgegangen ist. Die Informationslage nach solchen Großschadensereignissen ist am Anfang immer sehr vage. Und man geht am besten immer zuerst mal vom Schlimmsten aus, um dann zurückrudern zu können. Und vor Ort hat es sich dann tatsächlich so herausgestellt, dass die Menschenrettung bereits abgeschlossen war. Wir sprechen jetzt in diesem Fall von einer unbestimmten Anzahl von verletzten Personen. Und im Vergleich zum ersten Beben sind nach meinem Kenntnisstand dieses Mal auch keine Toten zu beklagen. Durch das Beben am 29. Dezember 2020, welches mit einer Stärke von 6,4 auf der Richterskala gemessen wurde, ist ein zwölfjähriges Mädchen von einem eingestürzten Hausgiebel getötet worden. Trauernde haben an der Unglücksstelle eine Gedenkstätte eingerichtet. Phil Hörmann lernt vor Ort einen Kriegsveteran und einen NGO-Alpinistenverein kennen, die ihn durch das abgesperrte Gebiet begleiten. Die ehrenamtlichen freiwilligen Helfer sind am Sonntag, den 10. Januar 2021, den 11. Tag in Folge im Einsatz. 1000 Häuser wurden sozusagen von ihnen saniert während dieser Zeit. Nach aktuellen Informationen vom Samstagabend sind einige Bewohner noch in den einsturzgefährten Häusern, beziehungsweise in deren Stallungen und schlafen bei den Tieren. Sie wollen ihre Häuser nicht verlassen, da die Tiere ohne ihre Pflege verenden würden. Die Menschen in der dortigen Region benötigen dringend Hilfe. Am Sonntagabend gegen 17 Uhr müssen die freiwilligen Helfer die Stadt verlassen. Bisher war der Einsatz von der Stadt aus organisiert. Nun soll die Stadt Zagreb die Führung übernehmen. Jedoch ist dies laut der erfahrenen Helferin die falsche Entscheidung, da die Stadt Zagreb nichts unternehmen möchte. Mehr dazu erfahren Sie in einem Live-Interview mit der erfahrenen Retterin vor ihrer Abreise hier auf Schwarzwald TV am Sonntagnachmittag, den 10. Januar 2021. Der Beitrag wird nach Veröffentlichung in der Videobeschreibung verlinkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017